Na gut, jetzt sind wir in Osttown. Willkommen in Osttown. Osttown. Donalds Schlepper ist gesungen, seit ich das letzte Mal hier war. Donald, wo ist Donald? Ich möchte diese Auswahlstatue schon immer. Der Kerl von der Spaßfregel heißt Moody. Er ist ein bisschen launisch. Ja, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, wenn der Typ Moody heißt? Naja. Ähm, wir machen noch eine Zwischensequenz. Ich bin ja auf der Suche nach Oswald. Hallo Mickey Mouse. Ich bin Clarabella. Hi. Miki's Melodrama. Miki's Polo-Team. Orphans Benefit. Ja. Äh, einziger Ort glücklich sein kann. Ich bin... Ich lese jetzt nur noch einzelne Werte von Oscola. Das klingt gefährlich. Also so einzelne Satzteile. Äh, Miki... Ja, Brücke. Ja. Hier war mal ein Mechaniker-Grobold. Aber er ist schon länger fort. In der Nähe der Spaßfregel macht irgendwas Krach. Natürlich kann ich nachsehen. Wir müssen die Brücke reparieren. Oh, Mann, ey. Was ist denn hier? Um... 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 Ach, reden wir mal mit ihm. Sie rufen mich. Ezra? Das stört mich nicht. Solange sie mich nicht zu spät zum Essen rufen. Ich glaube, ich habe den Witz falsch erzählt. In... Wahrheit ruft mich niemand zum Essen. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt gegessen habe. Ihr seid Zeichentrickfiguren. Ähm... Ähm... Na gut. Ähm... Das hier sieht noch irgendwas... Sieht verdächtig aus. Moment. Aha. Was bringt mir das? Nichts. Nichts. Miki, es ist, äh, dein Haus. Ich meine, nicht deins, aber Oswald's Kopie. Ich glaube, er hat gehofft, man würde dich irgendwann einfach vergessen, damit du hier endest. Das bedeutet für mich, ich muss es wieder hier hell machen. Oder was? Nö, ich muss hier rein. Natürlich möchte ich mein Haus betreten. Er ist neidisch auf mich. Hallo, 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 Mickey Maus. Willkommen in der Wasteland-Version deines Hauses. Äh... Das was? Na gut. Ähm... Dann muss ich irgendwie hier die Brücke... Wo ist denn hier eine Brücke überhaupt? Ähm... Also, hier sieht es nach... Nichts aus. Nach... Sackgasse. Zwischen Farbe. Da ist irgendwas. Hi, Goofy. Also, fast. Es ist Goofy Animatronic. Oswald hat ihn mithilfe des verrückten Arztes gebaut. Oswald wollte einen Freund wie dein Kumpel Goofy. Aha. Ich habe einen Tomorrow-Stadt gehabt. In Tomorrow-Stadt. Aber der folgte Arzt hat Oswald, der hat seine Freundin veranlasst mich zu zerlegen. Will ich das denn überhaupt? Will ich ihn überhaupt zusammenreißen? Ja. Er hat die Teile versteckt und ich soll sie wieder einsammeln. Ja. Nee, wer sonst? Wer, wenn nicht ich? Ähm... Was? Ich... Ich... Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Das ist doch... Was gibt's denn hier? Hey. Führt mich das Ganze hin? Ich fühl mich... Ich fühl mich... In die hintersten Ecken hier. Aber... Nichts. Ist das vielleicht hier nur so eine Übergangsstadt? Wo ich quasi Quests annehme... Wo ich quasi Quests annehme... Wo ich quasi Quests annehme... Ich fühl mich nicht... Ich fühl mich nicht... Geil... Was ist das? Was? Ach hier... Was bist du denn da? Wer bist du? Ja, ich möchte die Kombination... Jetzt haben wir die Kombination. So. Ach, jetzt habe ich den Tresor hier etwa gedingstet. Ach, ich muss wahrscheinlich in sein Haus, oder? Nee. Ein, frei, baumelnder Tresor ist als heimliches Versteck ziemlich... Ach so, hier oben, ja. Ach, jetzt weiß ich's, ähm, hier. Wahrscheinlich muss ich... Vorsicht, mir geht's, wenn wir genau auf den Mund liefern. Ja, und wie schicke ich ihn weg? Äh, heißlau... Modi heißlau nicht. Ja, das ist klar. Na ja, denken viele, ich wäre schlecht gelaunt. Das macht mich so sauer. Bist du doch gar nicht. Äh, ich wäre auf jeden Fall noch nicht in den Nachmittag, sondern... Ja, ich muss den Modi hier wegbringen. Ich frage sie mal hier wieder. Ich will Rudi einen Kuchen backen, weil er bald Geburtstag hat. Ich mache ihm jetzt schon seit vielen Jahren Kuchen, ob er ihn überhaupt noch mag. Dann habe ich dieses super leckere Rezept gefunden. Eistorte. Rudi bekommt keinen einfachen Kuchen, sondern etwas Besonderes, was ihn für die Kuchen entschädigt. Mir fehlt nur Eis. Kannst du mir welches von Pauli auf der Mean Street holen? Du, ich mach's doch bestimmt. Ich muss bald mit der Torte anfangen. Also lass dir nicht so viel Zeit. Ähm, ja, sollte ich vielleicht machen, aber... Ja, äh... Ich muss Modi hier wegbringen. Sonst kann ich das Ding nicht runterlassen. Aber jetzt kommt auf einmal eine Zwischensequenz, was vorhin noch nicht so war. Oh! Ha! Da war halt ein Kobold drin. Oho! Oho! Danke für die Rettung. Ich schulde dir etwas. Gehst du zum Mickey Müll Mountain mit meinem Schraubschlüssel? Könnte ich helfen. Oho! Er hat bestimmt noch einen Schraubschlüssel. Du musst ihn mir zurückholen. Okay. Dann brauche ich einen Schraubschlüssel von ihm. Äh... Das hier war ja mein Haus. Oho! Du bist ... Ok. 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 So, brauchen wir diese Stromkästen. Okay. Diese Stromkästen. Na gut, das Zilfung glaubt, es kann meinen Schraubenschlüssel behalten. Es ist nicht mal ein Kobold, ich respiriere, dass es in deinem Haus ist. Aber wenn du mich reinlässt, hole ich meinen Schraubenschlüssel zurück. Kann ich reingehen und meinen Schraubenschlüssel holen? Nein, erstmal nicht. Jo. Ja, der holt sich das mit Gewalt, aber das wollen wir ja nicht. Deswegen gucken wir hier nach Strom. Ey. Stromkasten? Nein. Äh. Hi, Modi. Äh, Mia, nein. Ähm. Ja. Ich brauch erstmal. Telefonkästen. Äh. Lllä, 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 l Bä Bä Es nicht. hier ist nichts ist nichts ist nichts ist nichts hier ist auch nichts okay um stromkästen wo können wir hier stromkästen finden ich habe mich mal eingefunden wo war das noch mal die sind in austern versteckt nein ich möchte es lösen indem ich die telefon kästen finde es wird sein haus aufgelöst ja geil flussendlich endlich doch damit das moment jetzt kann ich den tresor eigentlich fallen lassen fängt mir rein gar nichts aber ja cool stromkästen wird verrückt ist es hier überhaupt aus da ja austaus steht da ja ich schaue mal auf den dächern nach cool irgendwas gefunden na super drei stück wie soll man denn die stadt ist doch nicht mal groß es ist ja das problem die stadt ist ja nicht mal groß und trotzdem finde ich nicht mal einen ich erzähle tweet ich Ich verwüste jetzt die Stadt, ey. Vielleicht finde ich die Dinger ja dadurch. Nö. Oh. What the fuck? Wo bin ich denn gelandet? Cool. Bin unter der Erde gelandet. Das ist ja cool. Ähm. Ähm. Oh. Ah. Oh. 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 Kids, hilf mir. Helfet mir. Zeigen mir gar nichts. Ich schicke ihn einfach rein, der soll das Kaktellofon verprügeln. So, dann reparier mal die Brücke hier. Cool. Habe ich jetzt schlechtes Karma gesammelt, oder was? Drückenreparatur, was braucht der hier? Ach, der kann sofort reparieren, okay? Dann lass das Ding mal runter. Okay, dann hätten wir das erledigt. Und können auf die Mickey-Müll-Mountains... Ja, okay, dann hätten wir das erledigt. Ja, sehr schöne Namen. Sehr leicht aussprechbar. Äh, ja. Jetzt kommt bestimmt ein Zwischende-Quent. Oder ein 2D-Level. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Oh cool Schade Das Ding, der kann ich nicht mehr nehmen Shit, ey Jetzt haben die alles kaputt gefahren Wollen wir da rein? Ne Jo Dann ab in die Mountains Was uns da erwartet Ist das ein Eisgebiet? Ich erwarte ja ein Eisgebiet Wenn ich Eispickel und so höre Aber irgendwie Ja, ist nicht ganz Eis Farblich auf jeden Fall nicht Häschenkinder Toll Uh-huh Okay Hier ist wohl ein dicker Mickey Hater Denn Das ist der Mickey Müll hier Das sind die Krassen Hater Das sind krasse Hater Entschuldigung, wir bräuchten mal deinen Kran, um in den Berg zu kommen Sicher, wenn er flitieren würde Du hast vielleicht die Häschenkinder gesehen, sie mögen keine Klebsche Was soll ich sagen? Der Feind meines Feindes ist mein Freund Egal, in der Nähe sollten ein paar Fernseher diesen Müllhaufen antreiben Mal diese an, um sie zu aktivieren, dann kann ich den Weg freimachen Suchen wir mal die Kran Oh mein What the f Oh Oh Habe ich ja gut gelöst hier Oh mein Gott Lasst mich in Ruhe Ch rabb Democrats Dвор Das ist das Oh 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 Liz So, helfen die mir jetzt? Kämpfen die sich jetzt gegenseitig oder wie? Aha. Ach, da ist so ein... Ding. So. Jetzt gucken die Fernsehen, wie süß. Ja, okay. Kann also nicht nur Gegner... Oh, das sind alte NES-Kassetten. Mit... Oh, Magical Dreamland. The Magical Quest. Nice, ey. Den dritten Teil habe ich übrigens jetzt played. Together. Falls ihr euch das... Oh, anschauen wollt. Ich hoffe mal, den Fernseher muss ich jetzt nicht nochmal aktivieren. Hey, ey, ey, ey! Hey, ey, ey! Hey, ey! Natürlich, den Fernseher muss ich nochmal machen. Ich hab' mir jetzt noch mal... So. 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 Noch einer ist übrig, okay? Ich habe ja schon mal ein bisschen Karma gesammelt in meinem Karma-Becher, in dem ich sie nicht getötet habe. Alter, wo ist der letzte Fähn? Ich muss an den Spastis da vorbei. Es sieht sehr danach aus, dass hier was ist. Was ist denn? Oh mein Gott. Wollt ihr denn von mir? Hey. Ach, sind beide bekehrt. Ja, brauche ich noch den Fernseher, aber ich möchte wissen, was da hinten ist. Komme ich da denn auch unbeschadet hin? Boah, ich habe es echt richtig krass drauf. Alter, ich bin... Boah, ich bin da. Boah. Nun, da ich frei bin, kann ich mein Talent für dich einsetzen, Miki. Ich habe ursprünglich Geld, Krane zu reparieren. Das haben wir gleich. Oh, cool. Dann brauche ich die nicht mehr. Okay. Damit sparen wir uns Arbeit. Den dritten Fernseher finde ich nämlich nicht. Beziehungsweise, ich habe noch nicht zu Ende gesucht. Du hast es geschafft. Guck mal. Viel Glück da oben. Vorsicht, nicht viele sind bisher von Miki Müll. Maul. Zurückgekehrt. Okay. Wie komme ich am besten wieder da hin? Was ich wirklich an zu machen? Oh, mein Gott. Was das ist? Oh, mein Gott. So, das war ich jetzt. Also, mein Gott. Oh, mein Gott. Das war ich vielleicht. Wo muss ich hin? Wie komme ich denn hier aus dieser Ecke weg?